Willkommen bei Benni und Steve. Wir spielen den krassen Shit, damit ihr es nicht müsst. So sieht es aus und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück auf unserem YouTube-Kanal zu einem neuen Projekt Among the Sleep. Wir spielen heute Among the Sleep. Das Spiel ist schon ein bisschen älter und betagter. Wir kennen es leider nicht. Und ich bin mal gespannt, was uns da so alles erwartet. Ähm, wir gucken mal rein. Äh, okay. What, what is happening? Kann ich mich schon... Oh Gott, ich kann mich... Woos? Hey, Sweetie. Habt ihr schon deinen Drink geöffnet? Lass! Oh, vorsichtig. Es wird gebrochen. Jetzt wird es nur eine Minute sein. Mami muss nur sicher sein, dass das Kacke perfekt ist. Ja, Mami. Äh, also wir sind hier... Anscheinend ein Kind? Baby? Oh, oh. Könnt ihr beide nehmen? Nö. Bei wegschmeißen. Ja. Können wir das hier auch nehmen? Let's see. Achso, ich kann hier nur mit dem Rechenschieber hin und her. Nö, 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 nö. Ich will noch andere Blütze machen. Ich will hier... Nimm den Löffel! Nimm den Löffel! Oh, oh, oh. Ich hab kein Brotstag. Ich hab kein Brotstag! Du bist so sehr süß, in deiner kleinen Löffel-Pajamas. Happy Birthday to me! Happy Birthday to me! Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to me! Happy Birthday to me! Happy Birthday, Sweetie! Nö, ich bin zwei Jahre alt! Wow, zwei Jahre alt war. Oops. Ich weiß, dass ich jemanden weiß, die bereitste Kacke ist. Chugga 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 Choo Choo Jaaa! Hier kommt es! Durch den Tunnel! Choo Choo! Der Kuchen sieht aber lecker aus! Choo Choo! Warum kriege ich mein Choo Choo Choo? Ich... Ich bin... ...wenn... Ich bin... ...wenn ich... Äh... okay... Ich... Ich bin mein Choo Choo! Geh mir den... Mami! Was ist passiert hier? Sind wir... Ist das ein schlechter Traum? Nein! Das ist doch Mami oder? Ist das Mami? Hey Mami! Also uns geht es anscheinend nicht gut, wenn Mami weg ist. Ah! Schau was ich gefunden habe! Ich wundere was es ist. Wollen wir mal auf die Stairs und finden es? Ja, 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 ja! Wir gehen nach oben und machen das Paket auf! Ja, ja, ja! Geschenke! Oh mein! Wie viel Kuchen hast du denn? Was soll denn das jetzt heißen? Hallo? Mami? Hast du das Geschenk mitgenommen? Ich will mein... Wo ist mein Geschenk? Oh! Gucci! Ja! Freude, Freude, Freude! Wo ist mein Geschenk? Äh, okay! Wann ist das? Cribbite Studio... Achso! Ich dachte, da steht ne Information für mich! Hey! Also... Sieht ja erstmal... gar nicht so schlecht aus. Warum wird alles da hinten so dunkel? Äh... Gibt's... Gibt's nen bösen... Dämon? Morgens ist nie... Ehm... Wo ist es? Da ist es geschenk! Ja, ja, ja! Ich will das Geschenk haben! M checkpoint! Mach das Geschenk auf! Die als Kinder eigentlich auch immer so geschenk gegen sich! Hm, mal schauen was ist dass ISERE! Vielleicht ein neues Isschen? naszych dumm ist das organizm? Etwa! Kein Hasen! Kein Hasen! Denn Teddyem oder so ein사 OK! Okay, sweetie. Be a deer and play for a bit. Mom, you will be right back. Leertaste? Ich mach den Ball weg hier. Huch. Entschuldigung für die Maus-Sensibilität. Die ist etwas heftig. Okay. Können wir crouchen? Ja, und? Achso, okay. So, kann ich jetzt hier hoch? Ja, ja, ja. Wir können escapen. Escape. Und ab aufs Kissen. Jawohl. Kann ich jetzt zu meinem Geschenk? Oh, warte, warte, warte. Wir bauen uns eine Treppe. Hm? Hä? So. Ich drück die Leertaste. Kannst du immer? Musst du weiter rein? Warte mal, kann ich das so machen? Flup. Aha. Und hier kann ich jetzt auch... Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir zu Teddy. Na, weg da. Teddy ist weg. Hier ist mein... mein Elefant. Elefant. Yay. Wo ist mein Teddy? Ich will zu Teddy. Was ist... Was ist jetzt unsere To-Do? Teddy hat sich versteht. Ja, guck mal. Hey, ich bin Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Mein Name ist Benny. Hallo. Ich bin Benny. Not much of a talker yet, eh? Doch. Ich rück viel. Let's play a game. Ja, 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 ja. Was wollen wir spielen? Teddy, was kommt? Okay. Stell mich hier hin. Come here. Turn around and cover your eyes. Oh, meine Augen verdeckt. Warte mal. Was macht der Knopf? Nein. Was ist das? Ich muss Escape drücken für Cover mal Eis? Äh... Und weiter? There. You can look now. Ah. Aber erstmal, wenn wir hier... Hey, come on. Wie Stevie auf diesen Knopf drücken. Miep, miep. Chuchu. 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 So. Äh... Was sollten wir jetzt? Elefant suchen. Elefant. So, kann ich mit dir? Nee, kann ich nicht. Okay, wir gucken jetzt, wo... Wo hat er den Elefant versteht? Warmer? Okay. Getting warmer. Ja, 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 ja. Wird wärmer. Oh, guck mal. Hier hab ich schon an die Wände gekommen. Pretty warm. Ist der hier drinnen? Muss den dafür... Golder. Golder. Okay. Ich bin noch hier. Elefant. Nee, he's still cold. Hallo. Wollst du? Teddy? War das jetzt deine Absicht, dass du mir hier die Tür zu machen wolltest? Du bist ein böser Teddy, hä? Bist du kein guter Teddy? Cold. Cold, okay. Colder. Warum ist jetzt hier Colder? Colder kann es doch gar nicht sein. Nee, he's still cold. Still cold, okay. Ich schmeiß nicht alles. Da ist Teddy. Oh, ich hab einen Strike gemacht. Super warm. Super warm. You found it. Ja. Nochmal. Machst du ihn nochmal? Wow. Is that a music box? Does it work? Oh. Musik. Äh, Teddy, du mal selber. Läufst du hier einfach so rum? Ach, da hinten meinst du? Ja, ja. Musicbox. Und jetzt? Will ich den nach oben? Will ich den mal nehmen? Oh, ich bin mal neben. Oh, ich bin mal neben. Oh, ich bin mal neben. Das ist eine schöne Melodie. Schön. Heizte Pink Elephant. Hashtag ab 18. Es geht schon wieder los. Und jetzt? Hey, lieber, ich mach mal jetzt. Ich hab die Musik angemacht. Doch, schön. Spielen wir jetzt mit der Choo-Choo-Bahn? Geil, geil. Was ist das? Wirft er durch und teilweise nicht. Nimm mal den Pfeiler weg. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Schön. Asra Tober, guten Abend. Oh. Oh. Was ist jetzt? Wer freut sich über die... How do you start it? Ja, warte, warte, warte. Wir müssen das Buch erstmal hier wegnehmen. Nimm. Hallo? Nimm noch das Buch von den Schienen. Mano. Okay. Teddy, ich zeig dir, wie das funktioniert. Karton weg. Plupp. Oh, warte mal. Nee, Karton vielleicht nicht da hin. Da hin. Und jetzt drückt man den roten Knopf. So wie Stevie. Stevie würde auch mal den roten... Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob der Teddy gut oder böse ist. We need some place very dark. Ah, das hört sich nicht gut an. How about your closet? Warum... Soll dich auf Teddy hören? Ich hab Angst im Dunkeln. Teddy sieht gar nicht so neu aus. Nee, der sieht wirklich nicht so neu aus. Warum soll... Okay. It has to be darker. Shut the doors completely. It has to be darker. Yeah, yeah, yeah. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. Okay. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Dress F to hug Teddy. Okay, Teddy. Oh, guck mal. Auf einmal haben wir hier einen Geheimgang. Mit schwarzen... äh... komischen... Toll. Ich glaube, wir sollten hier sein. Wir müssen sich bemerken. Ich mag das nicht. Äh... Ja, warum... Warum... Teddy, wenn du das nicht magst, warum hast du mich denn hierher geschickt? Wir hätten auch einfach... nicht in den Schrank gehen können. Das wäre doch auch eine Option gewesen, oder? Nur wegen dir bin ich im Schrank! Ich weiß nicht, ob ich da... Ich hab da so ein bisschen Angst. Bin ich hier so dran vorbei? Was war das? Ja, 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 ich höre das die ganze Zeit. Was ist das? Ich glaube, dass etwas kommt. Da bist du. Was machst du in der Klosette? Oh, bist du mit deinem neuen Freund? Hallo, Herr Bear. Schön, dich zu treffen. Wie geht's dir heute? Ich weiß nicht, ob der so gut ist für mich. Du musst zuhören, von meiner Mutter zuhören. Ich nenne ihn jetzt schon mal Trauma-Teddy. Mama wäre sehr schade, wenn du das nicht. Und jetzt ist es Zeit für das Bett. Okay, Feier machen. Ja! Wenn du jetzt schlafen, wirst du morgen früh aufwachen und mit deinem Freund mit deinem Tag spielst. Lass mich raten, der wird jetzt irgendwie... Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Goodnight, hon. Sweet dreams. Sweet dreams. Okay. Okay. Wir schlafen. Was passiert jetzt? Also, wir haben zumindest kein Nachtlicht. Warum, weiß ich nicht. Also, das Kind hat man ab und zu mal so Nachtlicht gehabt. Okay, wir werden wach, weil die Tür so halb offen ist. Und jemanden, der die wegnimmt. Ja, genau. Ja, aber wir werden erst mal einen Schluck trinken. Ja, nee, ist klar. Ja. 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 Also, ja, Teddy wurde entführt hinterher, aber irgendwie auch... Warum... Warum... Wer zum... Also... Wer hat das hier gemacht? Also... Okay, wir gehen Teddy hinterher. Teddy! Where are you? It's... Very creepy. Oh Gott, ich kann mich auch noch rüberlehnen. Ach, du Heilige. Hallo? Was ist da mehr? Hm? Nein? Okay? Ähm... Jetzt ist die Frage, komme ich da jetzt nicht ran und brauche ich den Stuhl dafür? Oder... Gehe die Tür einfach nur nicht auf? Okay. Ah, das hört sich aber nicht gesund an. Oder ist der in der Waschmaschine? Wird er gerade sauer gemacht? Hallo? Der ist in der Waschmaschine. Hallo? Wir machen mal die Tür zu. Oder ist vielleicht besser? Oho? Teddy? Ich helfe dir, Teddy! Ich ziehe dir den Stecker. Bitte mach das nicht zu Hause. Teddy? Das ist nicht richtig. Also... Also... Ich sag mal... Ich sag mal dazu... Also... Teddy jetzt zu waschen ist jetzt nicht verkehrt. Ey... Okay... Okay, ich muss... No... ok warum sollte ich jetzt da runter gehen wenn es da so grölt das ist jetzt nicht euer ernst hallo kann ich hallo warum kann ich schneller laufen ich kann ohne teddy schneller laufen ok i'm coming was darf uns denn nicht finden jetzt sagt mir nicht meine mutter dass meine mutter darf mich finden aber staubsauger da kann ich runter krabbeln wir rennen jetzt durch was passiert denn heute also ok ich kann den fernseher an und aus machen ich dachte wir machen heute entspannten stream versteht ihr so einfach easy aber wir spielen im morgens ist lieb hallo 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 ist da was was ist das da wir gehen mal hier rein lass mich hier rein loy was hab ich genommen was war das was ist das hallo hallo okay kann ich hier hochklettern yeah kann ich hier auch hochklettern ja so jetzt kann ich mal ein bisschen blödsinn machen hey 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 alles gut da nee ein bisschen ist kaputt machen wahl mal könnte ich jetzt mit den scherben nein oder oh ich kann hier noch reingucken uuuuuh was haben wir denn hier ich will das kaputt machen kann ich nicht ok also wir können anscheinend wieder überall reingucken post like rock rockkost pro post ok so das sind einfach nur so ok einfach nur gerichtet so und was machen wir also was ist jetzt unsere to do achso ich muss hier wieder mit einem stühlchen mal mit stuhl lalalalalalalala la raufklettern ok die Tür öffnen hup mach die Tür auf wir raus hier ja raus aber warum wollen wir eigentlich weg also der hat mich jetzt gerade echt nicht gekriegt hallo vor was muss ich mich eigentlich hier fürchten ma also muss ich mich vor mami fürchten muss ich mich vor dem da fürchten oh hier ist noch ein hier ist noch ein hasi oder muss ich mich überhaupt nicht fürchten warte kurz so sorry hallo 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 was geht da oben mit der lampe was geht da oben mit der lampe seht ihr das mit der lampe ist schon komisch hallo hallo mich irgendwas verpasst wenn ja ist nicht so wild hallo 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 warte warte kann ich daran springen das wäre jetzt interessant möchte ich noch weiter rausziehen ja hallo mami mami ich habe schlecht geschlafen ich möchte ich komme jetzt mit ins bettchen mir geht es nicht so gut hallo mami mami hallo she's not here ha huh jetzt die hat mir jetzt einfach die tür aufgemacht hallo oh warum ist denn das als ne Oh, da ist aber noch Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott Suche eine schwarze Suppe, bitte Hier heißt nichts gutet Oh nein, Mami und Papi haben sich getrennt Ich höre doch, Mami Gibt es hier noch ein Bild? Ich gucke ganz kurz noch in den Schrank, ob es hier noch ein Bild gibt Ja, guck mal, da gibt es noch ein Bild Ein Sammelobjekt Mami Bist du hier Hier Äh Ähm, hallo Kann ich einfach gehen? Gibt es diese Option? Nope Wäre auch zu einfach Mom Okay Ich sehe nirgendwo Mach doch mal hier auf Nein Mach doch einfach mal ganz auf Damit ich hier wieder durchlaufen kann Ey, jetzt kann ich da nicht durchlaufen? Ist das dein Ernst? Booty Oha Was bist du denn? Okay Okay Was war das denn jetzt? Also es war nicht unsere Mami Mami Ich habe so ein bisschen Schiss, ne? Also bin ich Bin ich Was ist Was? Was? Was geht hier ab? Geh ich jetzt da rein? Okay Ich habe so ein bisschen Was kann ich damit machen? Hä? Warum habe ich das denn jetzt in der Hand? Okay, 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 okay Ich raff nichts Jetzt gehen wir hier in so eine Posaune rein Oder was Nächstes Level Cool Are you alright? Ähm Ich weiß immer noch nicht, ob Teddy gut oder böse ist für uns Woah What is this place? Yeah, I don't know Ich nehme dich mal wieder auf den Rücken Und dann gucken wir uns In unserer Traumwelt mal um Jump in run action hier, schon als zweijähriger A Playhouse? What's that doing here? Ja Das lädt zum Spielen ein, oder? Is it locked? I might be able to open it from the inside If you help me up Ja, und? Ja, okay Ach, Teddy macht jetzt für uns auf Okay, okay Oh, jetzt hat er schon aufgemacht Okay, okay Oh, look at this place Oh, look at this Look at this Oh, Gott Das sieht ja schon wieder nach Rätseln aus Ich muss da jetzt hier wieder irgendwas wieder irgendwie There it is again It sounds like it's coming from behind this door There must be a way to open it Ja, 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 ja Maybe it requires some sort of key Ja, und welchen? Is there anything we can use? A tap to view your memories and use left mouse button Ich pack doch jetzt nicht das da rein Doch, ich pack's da rein Cool Und jetzt? Weiter Jetzt eigentlich immer Oh, no Jetzt mach ich was Buttons Buttons What happened? Why didn't it open? Äh, würde es vielleicht beide drücken müssen? Drück mal Maybe we have to press bolt at the same time Ja, 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 ja Kann ich meine Memory wieder mitnehmen? Ich hab nicht Wie? Äh, äh Okay Kann ich hier noch irgendwie Also, oder Oder finde ich die Memories hier drinnen? Hä? Ich bin verwirrt Lass mich doch Okay, also wir müssen hier drinnen anscheinend suchen Gut Gut, 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 gut Welche Memories könnten denn jetzt doch gemeint sein? Ach, ich muss den erstmal wieder in die Hand nehmen, damit ich Oh, Gott Sag das doch ein Daddy Kannst du auch nicht springen hier Guck mal, ne Schaufel Guck mal, ne Schaufel Take this Schaufel Take this with us Die Schaufel Yeah Loading Do für an Du eilig é needles patern east Something Take this with us Und Deo